So Freunde, Zeit für ein XRP Update Video. Und guck mal wo wir angelangt sind. Wir sind, gut mittlerweile sind wir wieder bei 50 US-Dollar Cent. Wir waren heute Nacht aber bei 42 US-Dollar Cent. Wir haben jetzt jegliche Ineffizienz nach unten hin geschlossen. Und ich musste dafür sehr sehr viel einstecken. Vor allem in den letzten Wochen, aber auch gestern. Nachdem mal wieder eine Kauforder getriggert wurde. Und deswegen wird es heute mal ein komplett anderes Video. Weil ich auch langsam ein bisschen angepisst bin von diesem scheiß XRP Thema. Also richtig angepisst. Von dem Ding her habe ich eigentlich so langsam überhaupt keine Lust mehr. Irgendwas bei XRP oder sonstiges, also halt nur XRP zu analysieren. Weil im Endeffekt wird dir nur immer dagegen geschossen. Du kriegst dieses Moon Gelaber einfach nicht mehr aus den Köpfen raus. Und deswegen jetzt mal einfach ein anderes Video, wo ich jetzt einfach mal ein bisschen auch was von der Seele rät. Beziehungsweise vielleicht auch manchen hier wieder vollkommen gegen den Pisser gehe. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt, ihr merkt schon, ich bin einfach angepisst. Was die ganze Thematik langsam so ein bisschen anbelangt. Und jetzt dieser ganze Bitcoin-Abverkauf gestern hat natürlich auch XRP komplett unter Druck gebracht. Wir haben damals, wann war das? Ich habe hier mal das Video rausgesucht am 14.07. Also jetzt knapp einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat. Habe ich ja das Video rausgebracht. Ich habe XRP verkauft. Das war genau einen Tag danach, als dieser ganze Pump begonnen hat mit der SEC-Entscheidung. Jeder hat Moon geschrien, jeder hat geschrieben, ja jetzt beginnen wir auf einen Dollar und wir werden Moon erreichen. Und was weiß ich, dieses ganze Gelaber. Da habe ich mich schon sehr, sehr unbeliebt gemacht. Indem ich gesagt habe, jo, ich habe XRP da oben bei 92 US-Dollar-Cent verkauft. Wir hatten das auch in der Telegram-Gruppe einmal angesprochen. Ich habe einmal hier geschrieben, dass ich das Video ja gemacht habe. Und dann, ja, ich glaube ein bisschen weiter oben war es dann, wo ich auch die Sell-Order dann gepostet habe. Genau hier bei 0,92, XRP-Preis nehme ich nochmal 50% raus. Also das heißt nochmal Profite genommen. Daraufhin einen Tag später das Video gemacht. Und dann, ja, habe ich uns die ganzen Buy-Orders einfach mal rausgesucht. Das heißt, Buy-Orders, wo man mit DCA wieder in den Markt kann. Und der erste Buy war erstmal bei 0,72. Das war schon das erste Ding, wo ich komplett Gegenwind gekriegt habe. Dann der zweite bei 0,65, 0,57 und 0,47. Also vier fette Buy-Orders. Auch mit, ja, mit wie sollte man einsteigen, mit wie viel Prozentualen. Zum Beispiel hier das Beispiel an 100 Euro, wie ich ja damals gemacht habe. Um euch im Endeffekt einen kleinen Gefallen zu tun. Und auch ein bisschen von diesem FOMO-Train runterzukommen. So. Wenn ich mir dann die Kommentare, die lustigerweise, das ist mir letzte Woche jetzt aufgefallen, sind fast nur noch positive Kommentare unter diesem Video. Bis auf zwei, drei, sowas wie Paperhand, wartest drei Jahre und verkaufst bei unter 80 Cent. Danke dafür. Oder wer jetzt verkauft, ist selbst schuld. Da waren aber noch viel, viel schlimmere, teilweise auch in der Gruppe, beleidigende Sache. Was mir einfällt, XRP geht auf einen Dollar und so. Was ich denn für eine Scheiße labere. Und letzte Woche im Livestream. Ihr wisst ja, ich lade auf dem Zweitkanal immer wieder so ein bisschen die Stream-Highlights hoch. Auch über XRP haben wir im Livestream gesprochen, weil es natürlich gewünscht ist. Ich gehe ja auch auf die ganzen Community-Wünsche ein. Aber man muss halt auch im Endeffekt der Wahrheit ins Gesicht sehen. Und auch da habe ich auch schon geschrieben, XRP kann viele negativ überraschen. Wir hatten hier einen strukturellen Bruch. Das heißt, es ist nicht bullish. Wir sind hier in vier Stunden Orderblock in der Supply Zone rejected worden. Habe ich gesagt, okay, nächster Step, es sieht nicht gut aus. Wir haben das Golden Pocket verlassen. Wir werden wahrscheinlich tiefer gehen. Und so war es dann auch. Wir sind bei 57 und jetzt durch den Bitcoin-Abverkauf zwischenzeitlich auf 43 US-Dollar-Cent gefallen. Und trotzdem kommen dann solche Kommentare. Genauso haben einige vor zehn Jahren über Bitcoin gesagt und haben dabei es nicht gekauft. Das ist ja noch human. Was ist, wenn wir trotzdem auf einen Dollar kommen? Kommen wir nicht, weil einfach jeder davon gerechnet hat und dieses ganze FOMO-Getue niemandem was nützt. Wenn du alles so super weißt, müsstest du Milliardär sein, dich abonnieren. Nee, danke. Kann ich mitleben. Und dann solche Lachsmilies, wo du einfach nur ausgelacht wirst. Wo ich mir denke, nur weil ich einmal nicht diesen FOMO-Train fahre. Weißt du, ich war wirklich wahrscheinlich mit einer der wenigen, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche anderen noch, die gesagt haben, Leute, ich verkaufe jetzt. Es bringt doch nichts, wenn ein Coin innerhalb von wenigen Stunden, wir sprechen ja hier von Stunden, 160 bis 170 Prozent macht. Meint ihr, das geht einfach sinnlos so weiter, vor allem weil wir eine Market Cap bei XRP haben, die ist unnormal. Irgendwann ist es dann auch mal wieder gut. Und solche Candles werden früher oder später immer wieder aufgefüllt. Das ist völlig normal, weil dort die Liquidität ist. Der Markt interessiert nicht, ob es da viel Anwendung gibt teilweise. Guck dir doch mal Paypal in den Aktienkurs an. Paypal hat auch eine Anwendung und das nutzt jeder. Und trotzdem gehen die Kurse nach unten, nachdem ein krasser Pump war. Und dann geht es wieder dahin zum Ursprung, weil es im Endeffekt Liquiditätshunting ist. Und genauso ist es gleich bei Bitcoin, was ich heute früh gesagt habe, dass man jetzt auch nicht in FOMO, normalerweise sehen wir immer wieder früher oder später diese Kurse. Gut, ich muss einen Fehler eingestehen. Ich habe bei diesem Video, habe ich gesagt in zwei Wochen. Gut, ich habe mich vertan. Es waren halt jetzt vier Wochen, wo der Kurs gebraucht hat, um hier wieder zum Ursprung reinzukommen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht einfach darum, dass ich versuche euch hier neue Entries teilweise zu geben, beziehungsweise auch für euer HODL-Portfolio oder ihr auch mal Profite realisieren sollt. Was bringt es denn euch jetzt, wenn ihr hier in diesen Pump reingekauft habt und irgendjemand da draußen dann einen Tag oder am gleichen Tag noch sagt, jo, wir gehen jetzt auf einen Dollar, weil XRP das SEC-Verfahren gewonnen hat. Nein, wir haben Berufung, wurde eingelegt mittlerweile. Und was weiß ich, und es war ja nicht mal ein hundertprozentiger Sieg, dann wird er jetzt doch gegen Garlinghausen und sonst wen ermittelt und so ein ganzer Fuck. Da muss halt damit rechnen und das sieht doch nicht gesund aus. Und ich habe das Beispiel damals an Doge und das war nämlich auch ein Kommentar. Ja, um euch das mal ganz kurz nochmal zu zeigen. Doge, man kennt die ganzen Pumps and Dumps. Ach, lustig, da ist ja wirklich das. Man kennt diese ganzen Elon Musk Pump and Dumps hier immer. Immer extremer Pump durch irgendeine News und dann kommt der Kurs früher oder später wieder zurück. Hier hat es 27. Oktober, gut, hier hat es halt dann bis 30. Dezember gereicht oder gedauert. Aber in der Vergangenheit wurden solche Pumps auch hier extremer Pump. Der Kurs kommt immer wieder zum Ursprung. Natürlich ist es positiv, wenn wir solche Pumps sehen und sowas. Das heißt, es kommt wieder Kaufinteresse rein, weil XRP monatelang einen Scheißtrick irgendwas interessiert hat und immer nur jeden Tag, ja XRP hat hier die Anwendung, XRP hat hier einen Dollar und hier einen Dollar und morgen gehen wir auf 100 Dollar. Es gibt Prognosen, die sagen, wir gehen auf 100 Dollar bis Dezember. Sorry, aber irgendwann, da reicht es mir halt dann auch mal. Und da habe ich halt ehrlich gesagt langsam die Lust verloren. Dann habe ich gestern einen Chart gepostet, wo ich gesagt habe, XRP ist da, wo er hingehört. Ja, es war halt so. Wir haben hier unten, ihr seht auch hier diese Box, die wir auch schon, seit wann ist sie denn? 15. Mai hier drin ist. Hier hatten wir noch eine Ineffizienz. Und was hat der Markt gemacht? Er hat sich die Ineffizienz auf den Dollar genau wieder abgeholt. Das ist nicht böse gemeint, aber man muss halt auch mal der Realität ins Auge sehen. Und das ist das, was mich richtig anfuckt bei diesem XRP-Thema. Du kannst nichts Negatives sagen, dir wird sofort Hate entgegengeschossen, was ich denn für ein Geschwurbel hier labere und XRP geht um den Moon und wir werden alle reich. Ein Scheiß-Trick wird passieren. Also ganz ehrlich, wenn man mit so einer Einstellung in den Markt geht, ne, und vor allem, ich will nicht wissen, wie viele Leute, und da gehen wir jetzt mal auf den Tageschart, einfach hier in der Vergangenheit teilweise hier bei über 1 Dollar gekauft haben und dann hier unten weiter akkumuliert haben, dagegen sage ich nichts. Auch ich habe hier in diesem Bereich, und da haben wir monatelang Videos drüber gemacht, immer wieder akkumuliert in diesem Bereich. Aber es bringt doch einen Scheiß-Trick, wenn man die ganze Zeit einfach nur akkumuliert, akkumuliert, weil wir vielleicht auf 100 Dollar gehen. Nehm doch einfach mal Profite und nach solchem Pump kriegst du bessere Einstiege. Und was ist jetzt passiert? Viele haben bei 0,92 vielleicht den Ding mitgenommen. So, und jetzt gehen wir mal runter von diesem 0,92, wo wir da in der Gruppe hatten, gehen auf den jetzigen Stand. Oh, ihr könnt 44% besser einkaufen. Bei 0,47 war die Kauforder, da waren es 50% billiger einkaufen. Also, und sowas verstehe ich dann halt nicht. Wörst du, ihr könnt die Analyse an sich, könnt ihr gerne kritisieren. Habe ich überhaupt kein Problem, Maus, ich bin nicht der 100% Trader. Das wisst ihr alle, und darum geht es auch nicht. Es geht darum, den Leuten auch mal eine Sichtweise zu zeigen, wo spezielle Nachkaufpunkte sind. Und auch mal hier, Zwecks Triangle, wir haben ja ein Symmetrical Triangle, auch hier perfekter Retest. Je nachdem, wie wir diese Linien ziehen, hätten wir jetzt auch hier einen perfekten Retest. Es geht darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Dafür bin ich da, beziehungsweise dafür mache ich diese XRP-Videos. Einerseits, weil sie gut ankommen, theoretisch. Andererseits, weil halt viele Leute XRP lieben. Und im Endeffekt, ich habe nichts gegen XRP. Ich betrachte jedes Asset. Und das ist auch so ein Punkt. Hört auf, euch in irgendwelche Assets zu verlieben. Egal, was irgendein YouTuber, was irgendein Artikel oder sonstiges schreibt. Hört euch auf, in Assets zu verlieben. Nur weil, Bitcoin kann das Beste auf der Welt sein. XRP kann das Beste. Aber betrachtet den ganzen Scheiß doch einfach mal normal. Es ist nur ein digitales Asset. Es zeigt dir keine Gefühle. Es kann bei dir Gefühle vielleicht auslösen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es bringt doch nichts auf Biegen und Brechen bis zum Unermessen, zum Hodeln. Ich habe von Anfang an damals gesagt im Bärenmarkt, ey, wir nehmen, sobald wir hier 100% haben, das heißt 100% von irgendwelchen Assets, die wir gekauft haben, Altcoins, nehmen wir unseren Einsatz raus. Und das hat momentan sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten bei 70 bis 80% sind wir fein raus. Der Kurs kann einbrechen bis zum Gehtnichtmehr. Es ist uns Wurst. Und das hat auch was mit dem Kopf zu tun. Dass ihr einfach wisst, hey, gut, wir sind jetzt hier raus. Wir haben jetzt unsere Ruhe erst einmal. Und es ist egal, wo der Kurs hingeht. Wir sind investiert. Wir haben Profite genommen. Beziehungsweise haben wir keinen Einsatz mehr drin. Und das ist verdammt wichtig. Und das müssen viele auch mal realisieren. Und nicht zu sagen, jo, wir gehen auf 100 Dollar und dann verkaufe ich. Ja, was machst du, wenn es nie auf 100 Dollar geht? Du verpasst vielleicht alles und so. Und das will ich einfach damit ausdrücken. Betrachte ein Asset einfach als neutral. Und nicht als, jo, ich bin hier verliebt und ich gehe FOMO rein. Und dann kriege ich von YouTubern gesagt, wir gehen auf 100 Dollar. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Das habe ich auch oft genug gesagt. Für mich wäre es möglich gewesen, dass wir die 1 Dollar knacken. Aber das ist dann wieder dieses psychologische. Jeder denkt, wir gehen auf 1 Dollar. Dann gehen wir eben nicht auf 1 Dollar. Und deswegen muss man sich Sell-Orders raussuchen. Und hier haben wir auch damals mit Chart-Analyse drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was hier. Ich glaube von dem Pump war es genau. Dass wir dann auch hier ins Golden Pocket reingekommen sind. War auch Analyse. Fetter, fetter Widerstand. WIC hinterlassen. Die Möglichkeit, dass wir nochmal hochkommen, war da. Aber wir wurden dann hier oben wieder am Golden Pocket von diesem Top rejected. Chart-Analyse. Natürlich sind es Wahrscheinlichkeiten. Aber ich werde dir nicht sagen, dass wir jetzt morgen auf 100 Dollar gehen, nur damit ihr kauft. Das macht keinen Sinn. Und das kotzt mich halt vor allem in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen extrem bei diesem Thema an. Und das ist auch so ein Grund. Ich bin jetzt eh eine Woche dann erstmal weg. Das habe ich euch ja in der Telegram-Gruppe geschrieben und sowas. Da wird es jetzt dann sowieso keine Videos geben. Zumindest auch auf jeden Fall nicht zu XRP. Aber das ist auch so ein Grund. Würde ich jetzt euch einfach gerne mal bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben. Wollt ihr weiter XRP-Analysen? Soll ich vielleicht die Kommentare einfach deaktivieren bei solchen Videos? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fickt es mich komplett an, wie einseitig hier immer damit umgegangen wird. Natürlich gibt es BTC-Maxis. Aber sobald du gegen XRP in irgendeiner Weise nur negativ berichtest, so wie bei diesen zwei Videos, wie wir im Livestream hatten oder wie ich geschrieben habe, ich habe XRP verkauft, gab es einen verdammten fucking Hate. Nur, weil es den Leuten nicht gepasst hat, dass ich ihre Moon-Prognosen nicht unterstütze. Und ich habe von der Community auch sehr, sehr viel Befürwortung davon bekommen. Ey, du bist der Einzige, der mal neutral darüber berichtet. Einfach mal sagt, okay, wie Sache ist und nicht sagt, jo, wir gehen morgen auf 1 Dollar, auf 10 Dollar, was die Leute hören wollen, damit sie noch mehr investieren. Ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt hier wieder Kohle verloren haben. Ich will es einfach nicht wissen. Nur, weil es hier hießen hat, ja, wir gehen auf 100 Dollar und sonst was. Und dann fliege ich auch gerne aus Gruppen, ist es mir ehrlich gesagt langsam scheißegal. Dann gehe ich halt nicht in irgendwelche anderen Gruppen, wo das im Endeffekt nur gehatet wird, was ich mache. Wie gesagt, ich war einer der wenigen, der es gesagt hat damals, dass wir solche Kurse sehr wahrscheinlich wiedersehen würden. In zwei Wochen gut, war gelogen, waren halt jetzt vier Wochen. Ist halt so, aber der Markt holt sich die Liquidität. Der Markt ist von oben bis unten manipuliert. Denkst du, du wirst jetzt hier mit deinen 5 Dollar oder ich mit meinen 100 Dollar oder 1000 Dollar, die dein XRP vielleicht stecken, naja, der Markt beeinflusst, ein Scheißdrick wirst du. Ist einfach so. Und so fair muss man einfach sein. Und deswegen jetzt auch dieses Video. Ist vielleicht jetzt ein bisschen länger gewesen oder geworden, was ich mir jetzt erwünscht habe, aber es musste jetzt einfach mal raus. Das staut sich halt irgendwann an. Und dann, gestern war da ein Oberknaller, der es dann im Endeffekt zum Ausatmen oder jetzt zu dem Video gebracht hat, weil es mich einfach angekotzt hat. Diese, du darfst nichts Negatives, sagen, über XRP. Es ist egal wie wahrscheinlich. Du kannst es auch sarkastisch meinen oder sonst was. Es wird einfach nicht geduldet. Wenn ich dann schreibe, XRP ist genau da, wo er hingehört, aufgrund der Ineffizienz. Ja, fertig. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht an XRP glaube oder sonst was. Anwendungsfälle gibt es. Und es wird auch immer weiter genutzt. Und deswegen bin ich auch in XRP investiert. Aber man muss hier nicht, ja, man sollte sich nicht in sein Scheiß-Asset verlieben. Und ich finde es cool, wenn über XRP aufgeklärt wird. Ich finde es top, wenn Leute das machen. Aber sobald dann eine kritische Gegenstimme kommt, finde ich einfach nicht cool. Also gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich, nächste Woche gibt es auf jeden Fall kein Video zu XRP. Und dann ansonsten suche ich mir irgendeinen anderen Altcoin raus für freitags oder so. Also ansonsten natürlich in den Livestreams und so, wenn ihr das wünscht, machen wir das natürlich gerne. Also es ist nicht verboten, jetzt hier XRP zu wünschen. Aber ja, keine Ahnung. Ich verstehe, wenn es teilweise ein bisschen provozierend ist. Muss man fairerweise so sagen. Solche Sachen wie, es wurde abgeholt oder gestern habe ich es dann glaube ich auch gepostet. Und das sehen wir wahrscheinlich auch noch. Ist natürlich provozierend. Aber ihr müsst mich da auch ein bisschen verstehen. Aber gut. Schreibt gerne eure Meinung bitte mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Soll ich weiterhin die XRP-Videos machen? Soll ich es lassen? Ja. War jetzt ein längeres Video. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt einfach ein bisschen angekotzt, die letzten Tage, Wochen, dieses ganze Thema. Aber gut. Analyse technisch. Wir haben alles abgearbeitet. Ich würde momentan jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Wir haben alle Kaufzungen getroffen. Das jetzt nochmal zur Analyse-Seite. Traden. Auch solche Wigs, die wir gestern hatten. Früher oder später wird er wieder geholt. Genauso wie hier. Und dann ist so. Wir können kurzfristig, um noch die Analyse fertig zu machen, hier hoch nochmal die Ineffizienz schließen. Das heißt, ein Pump hier hoch ist möglich. Short dann auch wahrscheinlich. Aber ich glaube, früher oder später sehen wir auch wieder diese 0,42 US-Dollar Cent. Damit war es das von mir. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ja, gerne trotzdem Like und Abo da lassen. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Bis dahin.